Schnell komme ich nach raus, muss ich siehe! Das klappt doch kein Mensch! Das klappt doch kein Mensch, das klappt doch kein Mensch! Das klappt doch wirklich jemand, das ist richtig normal! Die Fahrt von der Stroh-Ausfahrt hier oben drauf! Das war so groß, ja! Ja... Alter, Du, ihr goldst! Ich stehe mal, okay, man! So, K-F1, Diby, ich glaube da geht es auch! Das ist gar nichts wieser. Das ist gar nichts wieser. Ja, also fahrt nicht so drauf zu kommen. Na, fahrt mal runter. Ah, ja. Boah. Ah, das ist so, das ist so. Also. Das muss ich nicht vorfahren, weil du. Schöpst du nicht, Bruchee? Das war ein Luppertier. Das ist so gut. Die Frau hat auch nicht der Hänger drauf gefahren. Nicht ohne Schein. Ohne Schein. Schöpst du auf, es kommt nicht hier runter. Der dreht nicht. Hör. Der dreht nicht so weit. Es dauert die Anmeldung. Ich lasse die an. Raus aus dem Auto, das gehört. Der ist glücklich. Er ist voll Muschla, Alter. Die sind wirklich alle. Wunne jetzt Muschla. Wo ist denn? Komm raus, Sorge. Das ist geil. Ist das auch ein Lipptier, Bruder? Genau, die lohste Hänger drauf, Alter. Wie geil sind die Nummer ins Schlesen und tippt hier raus. Ah, dabei holt er's raus, oder? Alter, die darfst du euch da! Komm raus, hat er gemacht! Alter, er wird die euch da fahren, die Bruder, Alter! Alter, ist jetzt noch... Ich hab' nicht raus, wenn er da rumfahren hat. Ich hab' nicht gerade da rumgefahren. Ich hab' voll da rumgefahren. Ich hab' den Weihnachten runter, was? Ich weiß einfach nicht, der Strecke! Ich hab' wenigstens lange gehabt, heute. Achtung! Becken wir mal! Becken wir mal es wieder auf! Guck mal! Jetzt gibt's keinen! Der ist schon noch gewünscht! Der dreht mal durch! Der dreht mal durch! Hab' ich nicht dieses Stück! Das hab' ich nicht gesehen! Ich hab' nicht mehr noch einen Hänger zu machen! Das nennt er so gut! Okay, der macht sich jetzt fest, bleibt so gut! Oh! So, hab' ich das an der Frontrede drunter! Eich! Ich muss doch noch eng! Oh! And Autofahrt! Oh, der Autofahrt! Voll and Autofahrt, ne? Ne, he, he! Guck mal hier! Guck mal hier! Geh' ich links zu! Oh! Alter! Whoa! Was hab ich auch reinkriege, sogar? Ist das, da? Ja, guck mich! Ah, nochmal komm' her! Das muss man nicht verstehen, oder? Nein, das Ganze nicht verstehe. Ja, und wir hatten eigentlich so schnell den Baum aufs Maul raus. Ich dachte, dass ich den Autos küsse. Kannst du mir erzählen, wie da hochgekommen ist? Das sind dann mit den Löscher, wenn du da durchrasselst, gegen das Sitz des Kindes drin. Ich wundere nur, dass du das Auto mit runtergeschoben hast. Wie schaust du denn?